Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Marei und Sebastian. Wir sind zwei Berliner in Kanada mit dem International Experience Canada Visum während der Corona-Pandemie. Und vielleicht helfen euch unsere Erfahrungen dabei, euren Traum wahr werden zu lassen. In dem heutigen Video wollen wir euch kurz erklären, wie ihr euch für das IEC, für das International Experience Canada, bewerben könnt. Und zwar sind das vier Schritte. Im ersten Teil müsst ihr einen Fragebogen ausfüllen. Im zweiten den Account erstellen. Als nächstes kommt die IEC-Pool-Registrierung, weil wenn ihr euch bewerbt bzw. eure Unterlagen einreicht, kommt das Ganze in einen Pool. Und wenn alles ordnungsgemäß ausgefüllt wurde, könnt ihr darauf hoffen, dass ihr ausgelost werdet und euch dann finally auf das Visum bewerben könnt. Und im Anschluss daran werdet ihr noch gebeten, eure Biometrics abzugeben bei einer zuständigen Stelle. Und wenn ihr danach alles richtig gemacht habt, bekommt ihr einen Brief. Das ist der POE-Letter, der Port of Entry-Letter, wo dann drin steht, your application has been approved. Und das ist dann das Dokument, welches ihr ganz stolz dem Grenzveramten bei der Einreise in Kanada vorlegen könnt. Und auf jeden Fall werden wir euch jetzt nicht mit ganz vielen neuen Videos und Infomaterialien quälen. Ich bin damals dem Daniel gefolgt auf YouTube. Der hat das super gut erklärt mit tollen Videos, ganz anschaulich mit Bildmaterial eingefügt. Seine Videos werden wir einfach hier unten verlinken in der Videobeschreibung. Viel Spaß euch dabei und bis bald! Zum Thema Jobsuche. Die Jobsuche sollte frühstmöglich beginnen. Denn der Zeitpunkt der Einreise hängt davon ab, wann euer Job losgeht. Warum ist das so? Seit Mai diesen Jahres gibt es die Auflage, dass die Einreise ins Land nur dann erfolgen darf, wenn man direkt nach der Einreise erstmal in die Zwangsquarantäne muss, 14 Tage lang, und im Anschluss direkt den Job beginnen muss. Euer Lebenslauf, also der CV, sollte natürlich im amerikanischen Format sein. Achtet darauf, dass ihr auch beim Papierformat US-Letter auswählt. Ab und zu wird auch ein Coverletter, also ein Anschreiben, verlangt. Auch das sollte natürlich im amerikanischen Format sein. Überlegt euch auch schon mal, wen ihr als Referenz angehen wollt. Oftmals werden ein oder zwei Referenzen aus eurem jetzigen oder auch vorherigen Arbeitsverhältnis verlangt. Zur Jobsuche könnt ihr, wie in Deutschland auch, jede beliebige Jobseite in Kanada verwenden. Oder ihr könnt auch natürlich die Webseiten der Arbeitgeber direkt suchen. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, wo ihr arbeiten möchtet. Aktuell bieten die meisten Arbeitgeber, oder eigentlich fast alle, Jobinterviews per Skype oder auch Zoom an. Der letzte Punkt, der auch am wichtigsten ist, nach einer Jobzusage muss euch der Arbeitgeber ein Offer-of-Employment-Letter erstellen und auch zukommen lassen. Denn dieser Brief muss bei der Einreise vorgelegt werden. Wenn man, wenn man, wenn man, äh, welcher Scheißbrief ist das denn? Oder beginnt. Nach der Quarantäne. Ja, die hätte ich jetzt noch erwähnt. Du musst mich mal reinquatschen. Dem Grenzveramten Volli. Achso, genau, warte mal. Ich glaube, du machst mir immer Schatten, wenn du hier durchs Video läufst. Na Mensch, das habe ich doch jetzt mal hingekriegt. Das muss ich jetzt bloß noch zusammenschneiden. Bis zum nächsten Mal.